So Leute, das heutige Thema ist der Abrisszwang von Gebäuden in Bulgarien. Ihr habt eine Bruchbude bei uns in Bulgarien gekauft, wunderbar, und ihr seid nicht sicher, ob das Haus abgerissen werden muss. In der Regel braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Die neuen Häuser, die neu gebauten illegalen Häuser werden bei uns abgerissen. Wenn man ein Haus irgendwo im Nirgendwo ohne Genehmigung baut, also jetzt heute baut, wird das sehr schnell abgerissen. Die alten Häuser werden bei uns sehr, sehr selten abgerissen, auch wenn die gefährlich sind. Hier neben der Straße seht ihr ein gefährliches Gebäude mit gekippten Säulen und niemand interessiert sich. Wenn ihr echte Deutsche seid, könnt ihr die Gefähr dem TNSK melden und das Leben des Besitzers ruinieren. Es gibt viele Regeln in Bulgarien, nicht alle werden angebracht. Zum Beispiel im Jahr 2024 werden Klargruben und Sammelgruben ohne Genehmigung gebaut. Dafür braucht man tatsächlich eine Baugenehmigung, wird aber immer noch so gebaut. Und ich hoffe, dass es so bleibt. Am Ende zeige ich euch ein paar Aufnahmen, die ich mit dem neuen Handy auf dem Land gemacht habe. Das war es von mir und bis dann Leute. Tschüss. Das war es von mir. Bis zum nächsten Mal.